In unserem heutigen Beitrag geht es dem Systemkritiker Andreas Popp einmal mehr um den Eiertanz um die Turbine für Nord Stream 1. Ursula von der Leyen und ihre Getreuen haben also ordentlich versucht, irgendwie den Wind aus den Segeln der erbosten Länder zu nehmen, denn zwölf von 27 EU-Ländern waren nicht für diesen Gasnotfallplan, der nämlich vorsieht, dass sie ihren Gasverbrauch um 15 Prozent senken müssen. Und merkwürdigerweise ist dieser Plan zwei Tage später denn trotzdem beschlossen worden. Es ist sehr spannend und erschließt sich zunächst nicht, wie Frau von der Leyen die Vertreter dieser zwölf Länder beruhigen konnte, Also, um es kurz zu machen, ab 1. August 2022 bis zum 31. März 2023 sehen jetzt, sieht dieser Plan vor, dass der nationale Konsum in allen 27 Ländern um 15 Prozent, also der gesamte Energieverbrauch um 15 Prozent gesenkt werden muss. Zudem soll die Möglichkeit geschaffen werden, bei weitreichenden Versorgungsengpässen einen Unionsalarm auszulösen und verbindliche Einsparziele vorzugeben. Da schüttelt man sich schon, wenn man es hört. Und im Vergleich zu den Planen der EU-Kommission sind dafür deutlich mehr Ausnahmemöglichkeiten jetzt vorgesehen. Und das scheint das Instrument gewesen zu sein, um auch die letzten Hürden für diese Einführung des verbindlichen Planes hinzubekommen. Das liegt auf der Hand, wenn man sagt nach dem Motto, wir legen fest, dass jeder sich an diese 15 Prozent Sparmaßnahmen zu erhalten hat. Aber Ausnahmen bestehen dann, wenn etwas dagegen spricht zum Beispiel. Also besondere Situationen, die nicht näher definiert sind. Und das kann jeder unterschreiben, weil jeder so eine Situation jederzeit hervorrufen kann und kann sagen, ist halt so. Und damit ist das Papier eben halt das Geld nicht wert, auf dem es steht. Wir hatten ja kurz nach unserem Podcast am Montag dann die Information bekommen, dass Russland tatsächlich von 40 auf 20 Prozent die Gaslieferung über Nord Stream 1 gesenkt habe. Die Argumentation war, dass die Gasturbine nicht, die Energieturbine nicht da sei. Es ist ja dieser Eiertanz um die Turbine und keiner weiß wirklich, was da wirklich los ist. Wir hatten einen O-Ton vorgelesen von Wladimir Putin, der versucht hatte, das sachlich darzustellen. Ob das stimmt, können wir nicht sagen. Wir wissen nur, dass die andere Seite der Westen genau das Gegenteil sagt. Und wir haben also nicht nur einen Gas, sondern auch einen Argumentationskrieg. Also der Westen sagt gar nicht das Gegenteil. Putin hat im Detail erklärt, wie die Zusammenhänge mit dieser Turbine sind. Und ganz genau, wo was liegt, welche Formulare fehlen, was genau nicht stimmt und was das Problem ist. Und der Westen hat jetzt nicht dagegen reagiert, indem sie gesagt haben, die und die Faktoren sind falsch, weil sie sind nämlich folgendermaßen. Sondern sie haben mehr oder weniger nur gesagt, stimmt ja alles gar nicht. Das ist ja nur Strategie. Das ist nur Politik und er setzt Gas als Waffe ein. Das heißt, es gab keine Argumentation einer Widerlegung, sondern mehr oder weniger die üblichen Narrative. Da gibt es einen Bösen und der regelt das eben halt nach seiner Fasson und damit war es das. Wenn es einen logischen Austausch gäbe, könnte man es ja auch beurteilen. So haben wir aber nur eine Aussage und können es damit natürlich nicht beurteilen. Also ich möchte euch ganz kurz sagen, was sieht dieser vereinbarte Plan vor? Ein 15-Prozent-Ziel, das auf Freiwilligkeit beruht. Wie es erreicht werden soll, bleibt den Mitgliedstaaten überlassen. Andreas, mir kommt das so vor, als ob die jetzt irgendwas beschließen wollten, nur um etwas zu beschließen und zu verkünden. Denn wenn ich hier höre, dass der vereinbarte Plan auf Freiwilligkeit setzt und wie es erreicht werden soll, das bleibt den einzelnen Staaten überlassen, dann ist das eigentlich null und nichtig. So ist es. Also freiwillige Abkommen sind sowas wie Absichtserklärungen. Wir haben vor, in Zukunft in Frieden miteinander umzugehen, uns zu respektieren und so weiter. Das kann jeder unterschreiben, weil was man vorhat und was man letztendlich macht, das sind zweierlei Dinge. Nein, die EU fliegt gerade auseinander. Und zwar in diesem Augenblick. Genau so ist es. Und jetzt muss man irgendwie eine Art Erfolg verkünden, indem man gesagt hat, Ja, wir haben uns hier alle geeinigt. Es ist doch völlig durchsichtig, was da läuft. Sie sagen ja auch, es wurden auch einige ausgespart, die jetzt nicht Gas sparen sollen, wie zum Beispiel Zypern, Malta und Irland, die ohnehin nicht mit dem zentraleuropäischen Gasnetz verbunden sind. Also die sind da einfach mal locker ausgeklammert worden, was ja wahrscheinlich auch gerecht ist. Und bei anderen Ländern sollen zum Beispiel Anstrengungen zur Einspeicherung von Gas, eine drohende Stromkrise und der Verbrauch von Gas als Rohstoff, etwa zur Erzeugung von Düngemitteln für die Lebensmittelproduktion, die verpflichtende Einsparmenge reduzieren können. Ich kann es nur noch hinnehmen. Und Herr Habeck hat sich dazu auch geäußert. Der soll übrigens der beliebteste Politiker in Deutschland sein. Und man sieht ihn eigentlich jetzt schon als Kanzler. Bist du auch dabei? Ja, natürlich. Also Habeck als Kanzler, wunderbar. Nein, man kann hier wirklich nur erst einmal davon ausgehen, also ich zumindest gehe davon aus, dass ich diese Zahlen erst einmal überprüfen würde, wie die zustande gekommen sind. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, auch wenn ich schon eine Meinung habe von den Menschen insgesamt, besonders der Mitläufer, die nicht wirklich ganz hoch anzuordnen ist. Leider ist es so, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Menschen so trübe sind in ihren Gedanken, dass sie da rein diesen Personenkult auf dieser Ebene fahren. Es sind viele, aber bei weitem nicht alle. Und Deutschland ist ja in dieser Diskussion um diesen EU-Notfallplan schwer angekarrt worden. Denn es hieß von vielen Ländern, das soll eigentlich nur das strauchelnde Deutschland retten, dieser Gasnotfallplan. Herr Habeck hat dem widersprochen und hat gesagt, das sei ein mittelosteuropäisches Problem. Man habe sich zu lange einfach zu blind auf das günstige, billige und ewig fließende russische Gas verlassen. Und Herr Habeck setzt noch einen obendrauf. Wie immer soll Deutschland allen vorangehen und er sagt, Deutschland wird die 15 Prozent noch übertreffen. Er sagt, in der Tat für einige Länder und für Deutschland würde er das auch sagen, sollten wir versuchen, besser zu werden. Also vielleicht schafft man das ja wirklich, indem man als Bürger gar nicht mehr duscht. Mir fällt dabei ein, dass er irgendwann gesagt hat, dass er das Kotzen bekommt, wenn jemand von Vaterland spricht und von Heimat spricht und von seinem Volk spricht. Er ist auf dieses Volk, was er offenbar verachtet, weil er alle Völker verachtet, weil er sagt, es gibt gar keine Völker. Damit ist er hier in einer Situation, dass er natürlich gerne mehr oder weniger sagt, mir sind die Menschen schlicht und ergreifend egal. Und er führt aus meiner Sicht mittlerweile einen Kampf als Superminister gegen die eigenen Menschen im eigenen Land. Man muss es sich wirklich mal vor Augen führen. Ganz schnell noch zum Schluss über diesen Gasnotfallplan. Der ist also noch nicht formell beschlossen. Dazu ist noch ein schriftliches Verfahren nötig. Das soll nach Angaben der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft innerhalb der kommenden Tage abgeschlossen werden. Und anders als von der EU-Kommission vorgesehen, soll dieser Plan nicht für zwei Jahre, sondern zunächst nur für ein Jahr gelten. Also man merkt, es wackelt an allen Enden und bröckelt auch. Und es scheint tatsächlich so ein vorgeschobenes Manöver zu sein, dass man das Gesicht irgendwie noch wahren kann. Herr Habeck erwartet übrigens, dass Putins Hebel weiter rumgelegt wird und dass aus diesen 20 Prozent, die da noch fließen, demnächst Null werden. Andreas, und damit würde sich ja genau bestätigen das, was deine Informanten dir schon vor über einem Jahr gesagt haben, als sie zum ersten Mal die Vokabel benutzten, Empty Gas in Deutschland. Naja, es geht um die Operation Sunrise. Und Sunrise ist, wie gesagt, der Begriff, unter der die Kapitulation Deutschlands im Jahre 1945 im Zweiten Weltkrieg gelaufen ist. Und diese Kapitulation, die passt natürlich unmittelbar zu diesem sogenannten Morgentauplan, zur sogenannten Deindustrialisierung. Und in diesen entsprechenden Fachgremien der Bundesregierung, dieser sogenannten Expertenboards, die es gibt, da spricht man auch intern von einem sogenannten Abenteuerplan, also quasi als Alternative dazu. Und somit passt das Ganze natürlich hier ins Narrativ. Wir hoffen, dieses Video hat Ihnen gefallen. Bitte unterstützen Sie unseren Kanal hier bei YouTube, indem Sie dieses Video liken. Wir veröffentlichen täglich einen neuen Beitrag. Abonnieren Sie daher unbedingt unseren Kanal und betätigen Sie auch die Glocke, um keinen neuen Beitrag zu verpassen. Ihr Team von Finanztalk TV Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.